Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute auf dem Frühlingsfest in Kassel. Zum ersten Mal waren wir hier noch nie. Denn wir haben hier eine sehr interessante Beschickung und deswegen sind wir auch grundsätzlich hier. Wir haben nämlich den Devil Rock von Straube müsste das ganze sein. Wir haben die Frisbee von Rupert. Wir haben Big Splash von ich weiß es nicht. Und wir haben Take Off von Rupert. Zusätzlich ist der Freak von also der Propeller von KMG. Keine Ahnung von wem. Und Kuddel der Hai von ebenfalls keine Ahnung. Kuddel der Hai ist ein Wurm. Seht ihr gerade hinter mir fährt gerade. Wir sind auch eben schon gefahren um unseren Korn abzuholen. Damit haben wir gestartet. Gleich geht es weiter. Wahrscheinlich denke ich mal mit dem mit Devil Rock und danach auch auf jeden Fall noch mit Take Off und mit der Frisbee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Der Der Rock ist eines der intensivsten Fahrgeschäfte und ich bin nach der Chemistophaden. Ich würde auch sagen, ich bin nicht so viele Leute, die halt Kürbisattraktionen gewohnt. So richtige Kürbisattraktionen. Und keine Super-Samsten. Keine Ahnung. Wer sich austrickt, weil es zum Beispiel vor ihrem Torwollern schlägt, darf das nicht fahren. Wer wendet sich, weil es so soll schlägt, darf das nicht fahren. Es ruckelt, es schlägt. Kann man sagen, ich bin es gar nicht. Ich bin es intensiv, ich bin es immer mehr machen. Wir fahren doch noch eine Runde Take Off von Rupert. Würde ich selbst, ich kann im Schleck gerade auch schon fahren. Aber ich habe das Helloday gesehen und es ist das dritte Fall in meinem Leben. Von daher, keine Stimmung, passt uns um voll rum. Bei der Un cuarto. Da sieht einfach aus. Badía undromt grup. Beide! Was Pixi layer deductiv. Du vinstkedfilm. Ein sehr schönes Fahrgeschäft. Es zeigt einem immer wieder Organe, die man vorher noch gar nicht kannte, aber durch die Gegend auf jeden Fall mal gespürt hat. Ich mag es wirklich. Das Publikum gefällt mir grundsätzlich leider überhaupt nicht. Es sind halt durchgehend nur Jugendliche, bis junge Erwachsene hier. Ist ja auch kein Problem bei der Beschickung halt, die halt nichts mit Familie hat, außer Kuddel, der Hai und halt zwei Funhäuser. Aber das Benehmen ist jetzt nicht so. Ich glaube ihr wisst, was ich meine. Dass der Freak hier steht, habe ich auch schon angekündigt. Es wird auch mit Feuereffekten und ihr seht es, es ist super voll und es wird euch am besten von allen angenommen. Also es ist am tollsten von allen Fahrgeschäften, hat aber auch natürlich die kleinste Beschickung. Ist ja klar. Big Stash entgegen ist sehr sehr leer. Es ist auch dunkel, gleiches Feuerwerk. Es sind keine Familien hier. Es ist eine Wasserbahn. Also ja. Dieser schöne Musikexpress heißt Starlight und hat einige Special-Effekte. Wir sehen gerade Erdvorsitz von oben auf dem Kassenbereich. Der kann Feuerspucken. Generell nennt ihr Aus auch noch Feuerelemente. Innen drin ist unfassbar viel Nebel und unfassbar schön thematisiert wird Astronauten und Planeten. Also etwas anderes, was für Decken gefällt. Dann haben wir noch die Frisbee. Sobald ich mich entsinnen kann, die einzige Frisbee, die in Deutschland noch rumreist. Sieht sehr sehr schön aus. Ist aber ebenfalls unfassbar voll und dann 5 Euro, soweit ich gerade weiß, kann auch weniger sein, zu bezahlen, dass sie halt 2-3 Minuten fährt. Weiß ich jetzt nicht. Muss das sein. Ich werde sie irgendwann mal fahren, aber nicht heute. Ich glaube, euch hat das Video gefallen. Letztergeleiter und Abo da tut es los, dass ich so viel über den Platz sagen. Beschickung ist sehr kurios, sehr viel Thrill und dann halt so was für die ganz Kleinen wie halt die Superrutsche oder halt Kürtel der Hai oder zwei Pfannhäuser. Das Publikum ist absolut nicht meins und ja, bis zum nächsten Mal.